Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal Learning by Watching. Und ja, heute geht es mal um das Objekt im Deutschen und heute erkläre ich euch mal, was es mit dem Wort Objekt auf sich hat und welche einzelnen Unterthemen es noch dazu gibt. Falls ihr euch für das Thema interessiert, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr dranbleiben würdet und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal direkt mit dem Video an. So, und als erstes kommen wir zur Objektdefinition. Das heißt, wir gucken uns erstmal an, wie wird denn überhaupt das Objekt definiert, also was bedeutet das Wort Objekt überhaupt. Und dazu habe ich jetzt einfach mal bei Google das Wort Objekt eingegeben und habe mal geguckt, was dabei rauskommt. Und das kam eben dabei raus bei der Definition. Ein Objekt ist in der Grammatik eine Ergänzung, die vom Prädikat gefordert wird und diesem näher steht als das Objekt. Ja, ich denke mal, die meisten von euch wissen jetzt nicht unbedingt, was das bedeutet, da es jetzt auch nicht unbedingt so einfach formuliert ist. Genau deswegen dachte ich mir mal, mache ich ein Video und versuche euch das jetzt mal so gut wie möglich rüber zu bringen, wie man das am besten ja sozusagen für sich verständlich macht. Und ja, ich habe es einfach mal jetzt mal in Neudeutsch für mich hingeschrieben. Ein Objekt ist eine Zusatzinformation, die im Akkusativ, Dativ oder Genitiv steht. So, ich denke mal, das sollte jetzt schon mal so ein bisschen einleuchtender sein. Also im Prinzip steht hier nichts anderes, dass ein Objekt im Prinzip ein Satzteil ist in einem Satz, das eben eine Zusatzinformation gibt. Und diese Zusatzinformation steht im Akkusativ, Dativ oder Genitiv. Falls ihr nicht wisst, was der Akkusativ, Dativ oder Genitiv ist, dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, könnt ihr einfach auf meinem YouTube-Kanal mal vorbeischauen. Ansonsten ist hier oben auch nochmal verlinkt, wenn ich das nicht vergesse. Hier gehen wir jetzt auch schon mal auf den Akkusativobjekt ein, denn es gibt eben ein Akkusativobjekt, ein Dativobjekt und ein Genitivobjekt. Und eine Sache, die auch noch wichtig ist zu wissen, ist im Prinzip, dass jedes einzelne Objekt sozusagen seine eigene Frage hat. In dem Fall ist jetzt hier das Akkusativobjekt. Das hat hier die Frage, wen oder was. Genauso gehört das Dativobjekt im Prinzip auch eine eigene Frage und das ist halt, wem. Und das Genitivobjekt hat die Frage, wessen. Das werden wir auch noch gleich bei den Beispielen brauchen, wo ich euch das mal veranschauliche, damit ihr das im Prinzip besser auch an der Praxis anwenden könnt. Und ja, genau deswegen kommen wir jetzt auch schon mal direkt zu den Beispielen. Und jetzt haben wir hier mal einen Satz, ich liebe Fußball. So, jetzt haben wir hier, wenn wir das mal auseinandernehmen, haben wir jetzt einmal ein Subjekt und das ist ich. Liebe ist das Prädikat und jetzt ist Fußball, Fußball steht da jetzt im Prinzip einfach so herum. Da denkt man sich jetzt, ja, okay, was ist es denn jetzt für ein Satzglied? Und das ist jetzt in dem Fall ein Objekt. Es gibt nämlich eine Zusatzinformation. Der Satz könnte ganz normal so stehen, ich liebe. Im Deutschen kann es einfach ein Subjekt mit einem Prädikat, kann im Prinzip schon einen Satz ergeben. Genau deswegen ist das halt eben eine Zusatzinformation. Und jetzt wenden wir halt die Fragen an, die ich gerade eben euch ja schon im Prinzip aufgeschrieben hatte. Und ja, hier können wir es einfach anwenden. Wen oder was liebe ich? Und dann ist natürlich darauf die Antwort Fußball. Also es ist ein Akkusativobjekt. Wem liebe ich macht keinen Sinn und wessen liebe ich macht auch keinen Sinn. Von daher muss es wen oder was liebe ich sein. Und in dem Fall ist es dann eben hier das Akkusativobjekt. Der nächste Satz ist, der Hund des Nachbarns ist klein. In dem Fall fragen wir jetzt hier Wessen, also Wessenhund ist klein, des Nachbarns. Das ist ein Genitivobjekt. Das wird meistens mit dem Dativobjekt vertauscht. Das heißt ja auch sozusagen, der Dativ ist das Genitiv ist tot. Aber in dem Fall haben wir das jetzt auch mit reingebracht. Wir haben im Prinzip der Genitiv zu einer etwas gehoberen Sprache gehört. Aber es sollte auf jeden Fall etwas sein, was du weißt. Denn in den meisten Klassenarbeit kommt auch mal sowas drin vor. Und als letztes haben wir Bitte antworte mir schnell. Das ist ein ganz normaler Satz, den ihr auch öfters mal verwendet. Jetzt haben wir hier, wem soll er schnell antworten? Da habe ich jetzt eher sozusagen ein bisschen mit dazu gedichtet. Aber im Prinzip sonst wird es keinen Sinn machen. Jedoch ist halt mir hier das Dativobjekt, weil wem soll er im Prinzip schnell antworten? So, das war es auch schon mit dem kurzen Video. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen und natürlich auch über ein Like. Und ja, danke für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao!